Du möchtest dich selbstständig machen? Dann solltest du dieses Video bis zum Ende ansehen. Denn daher erfährst du, welche Schritte du erledigen musst, um dein Unternehmen erfolgreich zu starten. Mein Name ist Roman Jagersberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Um seine Firmenstruktur überhaupt optimieren zu können, muss man den Schritt in die Selbstständigkeit erst einmal wagen. Und genau darum geht es in diesem Video. Als erstes solltest du dir überlegen, ob du hauptberuflich in die Selbstständigkeit startest oder erst einmal neben deinem Hauptjob dir ein zweites Standbein aufbauen möchtest. Dies hat einerseits auf die Einkommensteuer, aber vielmehr auf die Sozialversicherung Auswirkung. Aber dazu später in diesem Video mehr. Bevor wir nun mit dem ersten Schritt in die Selbstständigkeit starten, abonniere bitte unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Du hast deine Geschäftsidee und möchtest sie nun in die Tat umsetzen? Dann solltest du prüfen, ob es für deine Tätigkeit rechtliche Vorgaben gibt. Das bedeutet, ob du dafür eine Gewerbeberechtigung benötigst. Wenn ja, handelt es sich um ein freies oder ein reglementiertes Gewerbe. Wenn du im reglementierten Gewerbe bist oder im reglementierten Bereich, dann hast du die vorderlichen Befugnisse dafür. Kläre dies unbedingt mit der Wirtschaftskammer ab, damit im Hinblick auf Gewerbeberechtigung alles glatt läuft. Du kannst das Gewerbe auch gleich mit Hilfe der WKO beantragen. Du bekommst dann dort das Neuföck-Formular. Damit kannst du im Rahmen der Gründung Gebühren und Kosten sparen. Ab Erteilung der Gewerbeberechtigung bist du dann auch gleich Pflichtmitglied bei der österreichischen Wirtschaftskammer. Du musst ab dann auch die Kammerumlage bezahlen. Diese Kammerumlage kannst du jedoch als Betriebsausgabe steuerlich geltend machen. Der nächste Schritt auf dieser Reise betrifft die Sozialversicherung. Aufgrund der Erlösung deines Gewerbescheins bist du automatisch versicherungspflichtig nach dem GSVG. Das bedeutet, dass du nun auch Sozialversicherungsbeiträge an die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen, die SVS bezahlen musst. Jetzt kommt es darauf an, ob du dich haupt- oder nebenberuflich selbstständig machst. Wenn du hauptberuflich selbstständig bist, musst du von deinem gewerblichen Einkommen 6,8% in der Krankenversicherung, 18,5% Pensionsversicherung und heuer im Jahr 2024 11,35 Euro pro Monat an Unfallversicherung an die SVS bezahlen. Die Mindestbeiträge liegen hierbei rund 145 Euro pro Monat. Baust du den nebenberuflichen zweiter Standbein auf, kannst du die Ausnahme von der Pflichtversicherung beantragen. Die ist dann möglich, wenn dein gewerbliches Einkommen unter der zwölffachen monatlichen Geringfügigkeitsgrenze liegt. Im Jahr 2024 wären das 518,44 Euro mal 12 als in Summe 6.221,28 Euro. Und auch diese Beträge sind als Betriebsausgabe zu 100% abzugsfähig. Der dritte Mitspieler im Bereich der Selbstständigkeit ist das Finanzamt. Wenn du dein Unternehmen gründest, musst du auch das Finanzamt darüber informieren. Hierfür gibt es ein eigenes Formular, mit dem du den Betriebsbeginn melden kannst. Im Finanzamt wird dann in der betrieblichen Veranlagung ein entsprechender Akt angelegt und, falls noch nicht vorhanden, eine neue Steuernummer vergeben. Und sofern erforderlich, solltest du auch gleich mit dem Betriebsbeginn eine UID-Nummer beantragen. Ob das für dein Unternehmen notwendig ist, klär das bitte mit deinem Steuerberater. Und nun stehst du unter der Überwachung des Finanzamts. Das bedeutet, dass du einmal im Jahr deine Steuererklärung einreichen musst. Darüber hinaus kann es auch noch erforderlich sein, dass du monatlich oder quartalweise Umsatzsteuervoranmeldungen an das Finanzamt übermitteln musst. Ob monatlich oder quartalweise, hängt von der Höhe deines Umsatzes ab. Liegen deine Umsätze unter 35.000 Euro im Jahr, dann kannst du als sogenannter Kleinunternehmer die Umsatzsteuerbefreiung in Anspruch nehmen und brauchst keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Wenn du gerade überlegst, ein Unternehmen zu gründen oder du bist bereits mitten in der Umsetzung, dann lade ich dich ein, meiner exklusiven Gründer-Community Österreich beizutreten. Ziel dieser Community ist der Austausch mit anderen Gründern, die genau die gleichen Herausforderungen meistern, die auch vor dir liegen. Als Mitglied kannst du jede Frage stellen, die dich gerade im Rahmen der Gründung beschäftigt. Sei es, ob und wie viel Umsatzsteuer du in Rechnung stellen musst, ob du ein Fahrtenbuch führen musst, wie genau das mit der Registrierkasse funktioniert und viele, viele Fragen mehr. Alles, was dich beschäftigt, beziehungsweise wo du dir unsicher bist, was dir ungleich ist, kannst du dir Community fragen. Du kannst natürlich auch von deinen Erfahrungen anderer Gründer profitieren und dein Netzwerk erweitern. Wenn das für dich interessant ist, komme gerne in unsere Community. Den Link blenden wir dir ein. Und als Willkommensgeschenk bekommst du meinen Online-Kurs für Unternehmensgründer im Wert von 399 Euro freigeschalten. Den hast du inkludiert, ohne zusätzliche Kosten. Und zusätzlich bekommst du auch noch die Möglichkeit, an einem Schnuppertermin beim Geschäftsführertraining live dabei zu sein. Melde dich daher gleich über den Link unter diesem Video dazu an. Die ersten Mitglieder können zum halben Preis teilnehmen. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.